Ich hab Königin Brecherbogen. Ich hab Königin Brecherbogen auf unserer Zeit. Auch mal, das hat gestern gar nicht geklappt. Was? Guck mal, wir haben schon einen guten Spawn. Ja, da auf der Map. Ja, wenn es bei mir laggt. Gestern hat mich ein 30er mit einem Maschinengewehr in ungefähr 0,2 Sekunden gekillt. Und dann bin ich irgendwann rausgeflogen. Was willst du da machen? Müssen wir eigentlich noch ein Time to Kill Video machen? Äh, irgendwann schon. Jetzt aber erstmal nicht. Geh ich jetzt allein zu B? Seid ihr bescheuert? Mach mal, ich geh zu A. Guck, da sind genau wieder die gleichen drin. Dieser scheiß Like Young Friend, der kämpft jetzt wahrscheinlich statt auf A, kämpft er auf B. Was kommt denn Mombo? Oh, der war schön. Der war richtig schön drauf. Es kann doch nicht sein, ey. Wo ist denn meine Hidden Hand? Es kann doch nicht sein, dass das kein Headshot war gerade. Der muss doch dann mal da drauf sein. Also wie genau muss ich denn noch aimen? Ich mach überhaupt niemanden alle. Ja, meine ersten 50 Punkte. Ehrlich. Geh mal zu A, ist einfach. Naja, das geht einfach nicht. Du kannst ja nicht gewinnen. Ich klaut ja jeden Frag mit seiner normalen Sniper. Ich muss nerven. Zone A neutralisiert. Oh, wie schlecht war denn das? Ich hab's nur mit dem zu tun. Ich bin so schlecht Cardi. Mach mal was. Ja, ich auch. Guck dir das mal an. Kann dagegen nix machen. Das war jetzt ein Headshot, oder was? Der Fein hat so ne A erhober. Ja, warst du gerade darüber, dass du ein Headshot gemacht hast? Naja, dass das jetzt ein Headshot war und alles andere davor nicht, darüber jammer ich. Weil das war echt wirklich keiner. Also das war sowas von nicht aufm Kopf. Ich bin so schlecht. Das war ein Headshot. Und das zählt wieder nicht. Komm bitte, ey. Genauer kann man da mit dem Visier nicht drauf sein. Ja, jetzt verstehst du mich voran. Also die Dorn ist ne bessere Sniper als der Königinbrecherbogen. Wirklich wahr. Ich brauch jedes Mal zwei Schuss mit Aufladen. Und die brauchen zwei Schuss mit der Dorn instant. Ohne Fertie. Das ist aber auch wirklich so. Wir haben alles in den Griff angeschoben. Ich wollt grad sagen, wenn das wieder kein Headshot war, dann mach ich die Sniper raus. Warte mal, mal sehen, ob ich den Drachen da oben treffen darf. Nein. Können wir C verteidigen irgendwie? Der hat leider nicht A eingenommen. Zone C verloren. Zone A ist sicher. Nein, nein. Oh, geh mal weg da Vortex. Ich will das. Nein. Bei mir. Ja, das war jetzt ein Headshot, der unmöglich war. Ich hol mir mal Raketen. Warte mal. Ich kann da hingehen und kann Golden Gun bei deren schweren machen. Versuch das mal. Der wird auch gleich wieder tot. What the fuck zweimal daneben. Ich muss weg. Die kommen. Die wollen sich rächen an mir. Nein, Dorn tot. Ja, das ist echt. Also, bitte. Wirklich. Ich glaube, es geht mir so auf die Eier. Zone B ist neutralisiert. Mach dir gerade B, dann bin ich zu C. Loll. Aber da ruppt halt wahrscheinlich schon die Schöne ein. Ja, natürlich. Zu C, oder? Ich kann die nicht. Ich hab keine Munition mehr. Was ist denn das? Hey, wo kommt denn der denn? Ach Gott, da hinten. Ja, ich wollte dich noch verteidigen, aber irgendwie hast du dich wiederbelebt. Ja, nein, jetzt war dich der Quid. Ja, nee. Hat er nichts gebracht. Nee, ich hab drei Headshots und tut halt niemanden. Ja. Ich versuche extra an der Wand lang zu gehen. Lass mich doch bitte mal die Spezialmonie aufheben. Weil sonst kann ich das Spiel nämlich knicken. Weil mit einem Fünf-Schuss-Revolver werde ich hier nichts machen. Aber wenn ich drei Headshots und das Ding mache und dann nicht mal in der Tod ist, was soll ich dann machen, bitte? Ist ja wieder kein Treffer. Das ist doch nicht normal. So ein Ding ist aufgezeichnet. Die war super. 500 Punkte auf einmal. Genau. Ja, jetzt, na endlich. Ich würd grad sagen, ey. Muss mal C versuchen einzunehmen. Nimm du mal C ein, ich deck dich für nur mit dem Sniper, wenn einer kommt. Ich bin doch dabei. Sag mir nur, wer links oder rechts kommt, wenn einer siehst. Von, also du weißt, wie ich stehe. Ja. Ja. Ich weiß dann schon Bescheid. Äh, links kommt einer von dir. Ja, ich seh's auch. Achso, ich hab eine kleine Hand. Pass auf. Oh, vorne, vorne. Boah, ich bin tot. Der Toxic. Ich kann ja nix machen. Boah, die kommen alle auf einmal. Was ist denn das? Jetzt hocken da fünf Leute auf C? Ja, jetzt hocken fünf Leute auf C. Ich seh schon wieder. Unser Team macht aber auch nichts, um die mal abzulenken oder mal irgendwie mal zu B zu gehen, während wir bei C sind. Ne, irgendwie nicht, gell. Ja. Das ist halt... Das ist so schwer mit den Teilen. Wo ist denn denn die Granate hin? Ich hab wieder Goldengang. Ach, muss doch nicht mit seiner scheiß Kontrolle. Schwere Munition. Aha. Ja, wir haben den schweren geklaut. Nice one! Der Zeiko 07 0. Sehr geil. Sehr, sehr geil gemacht. Ist da hinten rum gesprungen und hat sie sich geschnappt. Sehr, sehr gut. Er geht schon wieder weg. Ja, jetzt weiß ich wie's mir immer geht. Ich renne auch immer in fünf Leute rein. Und dann mit Waffen, wo ich halt 20 Schuss brauche. Oh, der hat die Raketen, bitte. Hat der unsere geklaut. Das wär halt irgendwie bitter. Scheinbar hat er aber. Ich seh'n aber auch nicht. Er ist auch zu weit weg, um mit der Rakete zu treffen. Ja! Headshot! Fünferkill-Serie, ja! Headshot! Sicherung ist gerade C. Oh, wir haben ne Bubble bei B. Zone B ist neutralisiert. Zone A neutralisiert. Komm! Ja! Mann! Headshot! Geil! Ich bin schon wieder tot. Zone B ist sicher, Zone A ist sicher. Wir müssen ja gar nichts mehr machen. Komm, komm! Ich kann nicht. Komm, der verbrennt nicht mal! Ich hab ihm halt nen Wurfmesser in den Kopf geworfen, mal wenigstens. Oh, ich bin schon wieder ne Sekunde zu spät. Ich geh mal zu zäh. Warte mal, die... Deinigen B. Sehr gut. Wer liegt trotzdem so hell, weil ich hinde. Ich bin da zu zäh. Bin tot. Das ist schlecht. Ja, wir müssen es doch. Ha! Ha! Zwei Schuss Kill. Zwei Schuss Kill. Zwei Schuss Kill. Fuck. Oh, und Null Schuss Kill. Bin tot. Ach komm, jetzt konnte ich grad mal nur... Ja komm, ich mach jetzt wieder Tryhard. Da hatte ich immer wieder Waffen mit denen Sinn machen. Aber das war... Das war nice, das eine. Zweimal. Die schwere. Ich hab beim anderen mal nicht daneben geschaut. Das ist nämlich ein sechster Kill mit Gorgengang gemacht. Dann hab ich vier Leute Kill mit zwei Schuss. Oh na dom flowers in 2 interventionieren. Abgesonnen hab ich fast abgeschlossen. Guck diesmal auch nur 5 Kills. Ah das ist erschrecklich. Das ist nicht mit den Waffen nur auf 20 Kills. Komm mal generates ein wenig ein Witz. 3 Partier Münze. Na ja, na ja.